und ich lauf mit tunnelblick durch die gegend ich sage ich würde gegner sind auch freund der 80 jahre der märkten vielleicht sollte ich mich immer an der fahrer ist anwalt die drei sparen bei fahrheit ob es kommt der komisch mit Stefan? Stefan? Ja? Ich kann nächste Woche mein Auto abbezahlen. Schön. Ich hab mein Auto schon lange abbezahlt. Ja, du hast es ja auch schon ein bisschen länger. Ja, als ich. Ich hab kein Auto. Ich hab's gleich am Anfang abbezahlt, mein Freund. Ja, das ist doch schön. Ja. Oh Gott, 230er Pink. Ah, die sind Subroom. Ja, unten, ja. Versteh ich bis heute nicht, warum ne Luxusjacht unbedingt das Seeboot braucht, aber gut. Warum denn Jäger? Lustig. Ja, ich hab ja gewesen. Hallo Jäger. Weißte, das muss jetzt schnell gehen. Oh Gott. Ich spawne hinten bei... Ich spawne hinten bei... Ich spawne hinten bei... Ja, ich hab kein... Extreme. Jetzt. Nice. Oh mein Gott, das war zu knapp, ey. Alter, alle greedy hier. Jetzt bin ich froh, dass du dabei bist. Ich hab zwei Mal gestorben. Okay, noch zwei Jäger. Zwei Kippen, oder? Na, Jäger ist ganz ähm... Süden des Raumes. Ganz im Süden des Raumes. Ganz im Süden des Raumes. Wir nachladen. Hab ich. Wo? Nur Jäger im Raum. Ganz hinten, ganz hinten. Ja, dahinten. Nachladen haben wir uns heute alle nicht, was? Trost. Ja, aber wir auch. Das ist die letzte. Ja, naja, Jungs. Ich muss erstmal wahren werden mit der Maus. Ich hab nämlich jetzt die alte von meiner Schwester, weil ich meine zerstört hab. Eine Madcats Red 3. Tja, du spachst ihn jetzt. Du deine Maus nicht immer durch die Gegend schmeißt, oder wärst du... Ja, du spachst ihn jetzt. Der hat deine Hardware deutlich länger... äh... ...deutlich länger halten. Ja, ich weiß. Es ist schön, dass du das weißt. Ich mach die beiden Dropper. Aber das musst du nicht nur wissen, das musst du auch umzusetzen haben. Ja. Ich werd mir demnächst dieselbe Maus bestellen, wie ich vorher hatte. Vorhin. Das ist relativ geil. Also ich hab ne 4,95 Maus vorm Real. Läuft Ass rein. Mit einer coolen drin am besten noch. Nicht nur noch in deinem AIM. Ich hatte eine für 37 Euro. Ah! Mensch, Wolfgang. Danke, dass du das sagst. Jetzt... Also, dass ich ja nicht gleich drauf kommen bin, du voll Idiot. Blöder. Jo, gut. Ich hab ne 3,95 Maus jetzt grad vom Media. In Westen, in Westen, in Westen. In Westen nichts Neues. Toller Filme. Hört sich jetzt vielleicht filtern. In Westen haben wir aber im Rally Unterricht hingeguckt damals. Achso, du meinst bestimmt Religion, ne? Ja, ja. Weil ich grad Rally im Kopf hatte, weißt du? Äh, Rally halt. Rally Unterricht. Ich meinte Motorsport so. Achso. Hier haben wir da noch was. Ops. Fuck. Ich wollte ne Drohne kaputt machen, hab aber ne ADS, sie stört. Egal. Halt sich das an der Westen. Ist ja privat. Hat hier das an der Westen? Ja. Ja. Ich hör sie schon laufen. Alter was? Oh man. Sorry Jungs. Ähm. Schlafzimmer zwei Leute. Komm jetzt den Gang runter. Ja Ben, gegen unten lang. Geh weiter. Ich weiß wo. Okay. Warte, warte. Halt. Verstecken, 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 verstecken. Nicht gucken, nicht gucken, verstecken. Warte, warte, warte. Okay. Push, push, push. Ganz langsam. Nicht rennen, nicht rennen, nicht rennen. Warte. Warte, warte. Sie sind jetzt im Elmschen Dub Room. Wir haben hier vorne ein Schild. Ja, warte, warte, warte. Und Ash. Nicht pushen, nicht pushen. Warte einfach. Warte, nicht dann, nicht dann. Oh. Egal, du kannst jetzt pushen, Bandit. Der Gang ist mitten im geheimnis Glace. Der ist jetzt rechts. Zwei links, einer rechts. Hier vorne war Bug vorhin, ne? Zwei links, einer rechts, Bandit. Sorry. Glace ist in dem Raum hier. Okay, zwei rechts, einer links. Zwei rechts, einer links. Wenn Montagne rauskommt, ich stun den. Dann kann der sein Schild nicht mehr ausgefahren lassen. Ja, warte, warte. Der ist schon an der Tür, Stefan. Ja, ich weiß. Ah, fuck. Einfach warten. Einfach warten. Endet. Wirklich. Bleib aber von da. Wow. Okay, Blitz kommt oben runter. Bug ist direkt in der Küche. Okay, er guckt, er guckt, er rennt, er kommt zu dir. Bug ist tot. Gut. Glas war auch noch irgendwo. Ja. Natürlich. Wo? Links, links, links. 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 Links bei dir. Oh mein Gott. Wo? Oh. All friendly's were eliminated. Mission failure. Ja, sorry, ich hätte nicht am Anfang sterben dürfen. Ja, passiert, mein Gott. Ich bin sorry. Tut mir leid. Shit happens. Ja, das war echt schlecht für mich. Ich hätte abhauen sollen so lange. Ich hätte so lange Zeit gehabt, aber nö, ich... noch gesehnt. Egal. Na warte, wir haben keinen Thermite. Soll ich trotzdem Thatcher nehmen? Ja, ne? Nehm lieber Thermite statt Thatcher. Andererseits bring Thermite ohne Thatcher nicht ganz so viel. Ja, mach nur Thatcher, ich nehm Sermite, komm. Werdan. Viel Erfolg. Alles. Thermite. Thatcher. 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 You, the ashes get rage quit that guy. Thatcher. 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 Thatcher und Thermite. Oben ist clear. Auch Küchen. Ja. Auch Küchen. Ui. Okay, Puls haben sie. Wirst du jetzt wohl mal identifiziert werden von mir. Danke für die Kooperation. Puls ist in Casino. Ja, ne Rook war das. Ja, Puls ist in der wirklichen Casino. Ja, Puls ist in der wirklichen Casino. Rook habe ich aber glaube ich gesehen. Okay. Ja. Alles klar. Nice. Wolltest du das jetzt mal? Ja, Spotpeak. Bis dahin. Und dahin? Drone activated. Schauen wir schnell wo Puls ist. Puls war vorher im Casino. Ne, der ist er nicht mehr. Warum renne ich eigentlich schon wieder alleine hier durch die Gegend? Weil du Jonas bist. Ja, stimmt. Ne, Casino ist clear. Ich könnte mir denken, dass er ganz oben ist. Soll, ich passe auf die Treppe oben auf. Okay. Mit Schweineraum ist Stock. Äh, Achtung, Solli, hinter dir ist ein großes Mörderhold. An der Wand. Die zwei sind On-Spot. Habt ihr Puls schon gesehen? Okay. Puls ist tot. Hab ihn gerade geholt. Er ist im Schweineraum, Schweineraum, Schweineraum. Hab ich. Sehr gut. Nette Beine, Sledge. Hehehe. Toad Legs. Toad Legs. Toad Legs. So aus wie der von, äh, wie heißt's? Weiß schon das mit den vier Kindern und der, ja die Chroniken von Narnia. Was wollen denn haben? Küche oder wieder was? Jaja. Und dann. Ich mach wieder die Dropper. Wir müssten Küche nach hinten auch verstärken. Ja. Vor allem die Gangseite. Der Schweineraum ist nicht so richtig, aber die Gangseite. Ja und, was ist jetzt Mitleid? garbage hast. Die guy. Besten! Jo! Äh, Wendefehl noch hier. Wo sind die Westen? Oh, hier. 5 Sekunden in counting. Give me some of those. There's another drone. In the carton. She didn't pack out. Razor blast. APS deployments ready to go. Come from behind. Hmm. Denk mir mal die... Äh, unten Engine. Hör ich an. Hm, Engine. Der von hinter dieser kann ich reinforce. Der von hinter dieser kann ich reinforce. Ja fast. Good to know. Engine sagst du? Ja, bei mir ist Montagne. Hier vorne. Ist aber nicht Engine. Wie ist der Engine? Nee, aber ich hab hinten auch was gehört in der Camp. Blitz ist bei mir. Hast du Hilfe? Nö. Hier ist... Wo ist die? Wir haben nicht mehr versuchen weg zu rennen. So wie du Stefan. Ich komm von der anderen Seite. Bende? Ja ok. Ich glaub da hat das grad safe. Ist der schon drin oder ist der noch draußen? Was? Bam du Wichser. Das ist Glast oder? Der letzte? Ja. Hältst du mich für blöd oder was? Bisschen. Ach da war er. So ein bisschen verrafft, aber egal. Getroffen ist getroffen. Blatt! Ja. Hey. Sag sowas nicht. Der Phil ist da bei sowas. Der ist Platin. Arschloch. Und der Wolfgang auch. Wer ist Platin? Der Wolfgang und der Phil. Auf Platin bin ich nur auf dem Eierkont. Auf dem anderen ist ein Kupfer. Nee, da bin ich die Eierkont. Oh. Ich bin auf dem Smerferkont, bin ich Stein. Das hier ist mein Smerferkont. Und ich war froh Gold zu sein. Ich bin Marschus Holz. Ich bin froh, dass ich Silber bin. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, das hilft uns aber auch nichts. Meistens. Hallo, was ist denn jetzt los hier? Was tut jetzt weh? Was ist denn jetzt einfach mal so persönlich, du Arschloch? Nein. Nicht in dem Sinne. Sondern im Sinne von... Ich war auch froh, dass ich wieder Silber war von Gold runter. Weil Gold hab ich nur Small bekommen. Aber wir... Matchmaking... Ist ja wurscht. Ach, da hinten. Der ist Silber, der kommt mit 5er Billet Platin ins... Äh... Ins die Ding. Ja. Das ist wie das works. Ach, die sind da hinten. Oh. Leo, geh mal runter. Äh... Buck, geh mal runter. Treppe runter. Treppe runter. Wie meinst du Treppe runter, Buck? Der Buck hat auch nen Namen. Bloke. Ja, sorry. Kann ich mir noch nicht merken. Stefan. 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 5 Sekunden. Stefan, genau. Stefan. Anfalt hier drunter so lassen, bitte. WTF? Ich hab mich noch ein paar Rubberbindungen. Warte. Ja. Äh... Smoke ist da oben drinne. Achtung. Hier ist Smoke drinne in der kleinen Toilette. Geh mal an das Fenster bei der Toilette. Buck ist da. Okay. Hi. Tachankas Toilet ist ein Schnellpack. Wenn er rennen geht, ist er tot. Wo ist Tachanka? Da war er. código Show. Tachankas Toilet. Däuft. Däuftig. 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 Ja, da ist los. Däuftig. Look, du äl. Bis zum nächsten Mal.